Wenn doch wenigstens eine meiner Beziehungen wieder normal wäre. Wow, das sieht mir so aus, als hätte da jemand zu früh auf die Windeln verzichtet. Tja, das ist wahnsinnig clever. Jetzt sieht es so aus, als hätte ich mir in die Hose gemacht. Finden Sie das wirklich witzig? Ja. Verdammt, ist das kalt!